Heute in der Treffbar des Etia Hoffmann Theaters in Bamberg meine elfte Lounge in the City Veranstaltung und ich muss sagen ich war wieder ganz begeistert wie viele Frauen heute hier waren, sei es aus Pflege, Medizin, aber auch von den Unternehmen, Verbänden oder auch vom Ehrenamt Politik war mit dabei also querbeet und ich muss sagen ganz tolle Frauen und wir hatten einen Ehrengast nämlich die IHK-Präsidentin, Frau Weigand, die hier aus Bamberg kommt, eine erfolgreiche Unternehmerin ist und sich heute den Fragen gestellt hat und es war beeindruckend ihre Karriere, ihre Biografie zu erfahren und ich kann nur sagen Hut ab vor diesen Frauen aus der Region Oberfrankens.